Da könnte man mit Albanien ein Bündnis machen. Schade, dass man sich keine Schiffe leihen kann, das wäre es noch. Soße Blumen an. Die Leute irgendwie rüberkriegen, das wäre super. Die grüße einheit ist jetzt nicht ganz so toll das ist Der Ding müsste dann auch bald angreifen. Ah, der hat den 4er Nahkampf, das ist ja kein Wunder, dass der Stand nicht durchkommt. Das kann ja nichts mehr. Ein 3er maximal, aber dann wird es nichts. Ich wüsste nicht wie. Hat neuer Basal. Füllen die hier? Das war nicht so toll. Mal kurz auffüllen. Das war nicht so toll. Das war nicht so toll. Blöde Festung. Die nervt. Sobald er sich da wegbildet, muss ich da hinlaufen. Oh. Steinen. Gerne. Pause. Ah. Da kommt ja schon wieder einer angelaufen. Wer brauchst denn du? 4. April ist aber lange her. Ja. Schon da. Ne, das wird so auch nichts. Ich hatte halt zu wenig Transportschiffe. Als wäre das vielleicht was geworden. Ich versuche jetzt nochmal den anderen Spielstand. Und das war jetzt vom Angriff, ne? Da hatte ich noch keine Ritten wie Kertek. Das hatte nicht funktioniert. Ich glaube, die kann ich mir fast sparen. Die bringen mir nicht wirklich was. Ich versuche jetzt noch ein bisschen was. Zwei Gurkenbrauchstamme, kommen nochmal zurück, die lösen wir mal auf, versuchen wir mal was anderes. Ach, die war mit Venedig, stimmt, beziehungsweise mit Venedig verbessern, wie habe ich hier noch zwei, ok, sechs habe ich schon, sondern auf ach, hier noch einer, optimalerweise. Mal gucken. Ah, die haben Aragon als Rivalen, ok. Ist jetzt natürlich auch nicht so gut. Hab ich die feste abgerissen? Brauchen wir nämlich nicht. Der Kleros verliert, macht mir sowas. Äh. So, eins noch. Natürlich passiert das gleich, der Osmaner den Dingens angreift. Oder Albanien. Obwohl er nicht, der ist mit Aragon verbündet. Albanien bündet ist ja natürlich auch eine Sache, ne? So. Aber die sind mit Aragon verbündet. Könnte uns helfen. Wo ist den hier Anführer? Ist er gestorben? Ist er gestorben? Oh. Ich glaube, der ist gestorben. Na toll. Das ganze Berg ist tot. Boah. Das war ein Mist. Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Kostet wieder alles unnötig. Ôi, ei, ei, ei.... Hm. So, mal gucken, ob wir rechtzeitig die Sachen zusammenbekommen hier. Bin mal gespannt. Äh, reicht nicht ganz da. So, eine Tech höher. Das ist doch schon mal ein guter Vorteil. So, okay. Haben wir achtmal die Schiffe. Jetzt brauchen wir noch die ganzen Dinge. Die ganzen Leute. Das Ding darf bloß nicht vorher angreifen. Das wäre noch gut. Bin ich mal gespannt. Gucken wir mal wieder pleite gehen hier. In vier Jahren können wir aber wieder Waden gehen. Ich hoffe, die Zeit reicht. So, okay. Ich bin gespannt. Haben wir vielleicht einen, komm, einen mit vier oder drei Nahkampf? Pfff. Vergiss es. Dann nicht. Wieder ein bisschen langsamer machen. Ah, zweier. Könnte schief gehen. Na. Das könnte schief gehen. Ich bin gespannt, ob der Tech-Kopf-Vorteil uns was bringt oder nicht. Ich bin gespannt. Hätte schon mal noch ein Bündnis machen können. Fällt mir dazu auf. Schafft das? Schafft das nicht? Das ist hier die große Preislage. Auf jeden Fall haben wir eine höhere Disziplin. Allerdings haben wir hier einen Malus von zwei. Das ist sehr ungünstig. Äh. Uh. Uh. Wir haben gewonnen. Ich bin begeistert. Sehr geil. So gefällt mir das. So ist der Plan. Wir ziehen die mal hier zusammen. Den nehmen wir raus. Der Rest kommt wieder an Bord. Ich hoffe, die lassen hier keinen durch. Beziehungsweise das ist der Osmanen gleich angehalten. Das wäre gut. Wir fahren kurz hierher. Füllen unsere Männer auf. Gefährlich. Wir haben schlechten Nahkampf. Das ist eher ungünstig. Für uns Truppe. da. Aber. Wie weit so gut. Äh. Mhm. Das ist eher ungünstig. Keine neuen Schiffe gebaut, ne? Fällt mir gerade so auf. Ein Schiff verloren. Mhm. Ein Schiff verloren. Das ist alles gut. Zitzen Erbtollkrieg bei Österreich. Okay. Jetzt stehen hier wieder Truppen. Das ist natürlich sehr ungünstig. Die Renaissance. Ja, natürlich. Hab gar nichts gemacht. Brauche ich einen besseren Kommandante. Ja, super. Damit können wir uns anfangen. Sehr gut. Gut. Versinkt die Schiffe. Schon besser. Das Problem hier stehen schon wieder 9000. Das ist halt doof. Das ist halt so. Hier ist das. 2 und 3 an der nahkampf haben die na schön danke auch 4 ok super damit kann ich schon mehr anfangen die frage überleben die das jetzt oder sollte ich mir noch mal so wer wahrscheinlich brauche ach so jetzt dauern die wieder ewig bis sie da sind das ist aber auch unpraktisch wo ist freizbestreben hier ok gucken ob die jetzt angegriffen werden ist der ding gestorben wer war das 3 4 1 na geil bitte nicht angreifen aber osmane kann mal angehören das wäre schön so der erstmal hier auffüllen ein bisschen optimalerweise osmane darf angreifen jetzt am besten sind gleich wieder wegen gehen für mehr geld er ist abgehauen wird sich angreifen oder was los traust sich wieder nicht ganz toll ach hier ist kein belager drin ich habe doch da was juhu genau verziehe ich mal darüber habe ich nichts dagegen bitte lass die anderen nicht durch das wäre nicht schön so osmane du kannst zypern ist in der handelsliga leider garantiert von mamelucken kriege ich irgendwo in anspruch auf zypern wenn man auch ich will zu dem nicht das видел das duo sich an nem Ich würde den Bündnis nicht mehr machen, ok, was sonst? Im Februar, yeah, oh mein Gott, ist schon wieder gestorben, das geht ja hier eins nach anderen, Mann, 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 gleich mal angucken, was der so kann, nichts, so, ja, da komme ich jetzt nicht ran, das ist doof. Wieso greift der Osman nicht an? Was soll das? Verstehe ich nicht. Könnt ihr doch mal tun, oder wo ist das Problem? Ich stehe jetzt Kreis Dukatir an, oh, was ist da passiert? Akulia ist ja fast komplett weg, das ist aber sehr ungünstig für uns. So weiter geht bin ich bald bleibe, ja, da dauert schon wieder alles viel zu lang. Kann ich schon plündern, muss ich mal gucken. Januar 55, ok, ein Jahr muss ich noch warten, knappes Jahr. Na gut. Du hast ja nicht mal Militaristen. Kein Wunder, dass sie den nicht angreifen. Na ganz toll. Na? Muss ich dich jetzt echt angreifen? Ähm, ok. Jetzt macht keinen Unterschied, aber egal. So, einen Tag vorlaufen lassen, wird zuerst die Zölten angreifen. So, ein Tag vorlaufen lassen, wird zuerst die Zölten angreifen. So, ein Tag vorlaufen lassen. Wunderbar. 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 Wie brauch ich hier 9000? Das wird ein Tag vorlaufen lassen. Das wird ein Scheuchen. Das wird ein Scheuchen. Das sollte reichen, oder? Ne, nicht ganz. Leider nicht. Mach die da? Wo weiß ich es nicht. Okay, dann kommt man hier rüber. Da war er wieder ein bisschen. ich habe zu wenig leute das ist kacke ach meine hier mit ihr mir helfen könnt quasi das haben wir wie eine schiengabe eine gewisse einheit ist im eimer dann ist schwierig von der stadt alleine her versuchen muss irgendwie zu erobern mann 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 da muss sogar schon zwölf gefallen da genügend mal ihre truppen auffüllen nebenbei so können ja wieder nur fällen fällen gerade so auf schnell geld holen so 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 jetzt jetzt haben sie genug endlich fast wieder vergessen hier plündern zu gehen ja da bist du schon ja, wir haben verloren doch das ist doof dann muss ich die mal zurückfahren, das nützt leider nix damit die mal sich ordentlich regenerieren dann dann Ja, ich weiß, wird es aufgeben, aber ich noch nicht. Hätte ich nämlich gerne einmal komplett das mit dir. Du willst auch noch nicht raus. Leider. Ich mag es nicht. Oh Mann, oh Mann. Acht, neun, ja, zurecht. Okay, keine Ahnung, wie ich jetzt da dran vorbeigekommen bin. Aber okay. Bin ich mir in deiner Hand, Bundesliga, doch. Ich hätte vorher das Bündnis machen sollen, das wäre besser gewesen. Reicht nicht. Es hat nicht mal die Osmanen da angegriffen. Total blöd. Hmm. 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 Nein, wie nervig. Komm schon, fülle ich wieder auf. Kann ich nicht irgendwie stürmen? Nee, das wird nicht reichen wahrscheinlich. So ein Mist. Blöde Festung, ey. Sehr nervig. Einer lehntet flotte Erbohrungschancen, Schiffe plus 33, das ist natürlich super. Nehmen wir das mal auf hoher See. Da haben wir nicht mehr ganz so viel Minus jetzt bei den Schiffen, auch wenn das schon wieder bei Minus 10 ist, sehe ich gerade. Oh. Shit. Bankrott absehbar. Ja, weil es schon wieder viel zu lange gedauert hat hier alles. Für Mats Stalina, man. Ja. 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 Nein. Ja. 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 mann schweres pflaster geld was 38 bloß na so mist je gleich mal darüber zum nächsten das ist nämlich das problem sobald man über eine provinz kommt dann kann man nicht mehr so wie daniel machen das ist ein richtig scheiße so wie kommen wir da jetzt wieder raus können zum einen hier gettoren land beschlagnahme mehr verbündete als zwei können mit ungarn ein bündnis machen die sind gerade im krieg gerade eher nicht so gut münch und acht münchner tronfallkrieg moment wünsche ist ein junior partner von ungarn ok interessant was hier mit serbien ihr wollt nicht schade super mir singe mal ledigst haben danke so klar so klar so klar auch hier und steuer mindestens acht hat hat lief so 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 und so okay also so 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 könnte ich mehr als 18 aufnehmen die haben 86 das sind so zwei drei und war noch darüber und könnte ich wieder bilden 69 erst könnte ein bisschen spät sein eventuell warte mal ich kann mir doch bestimmt irgendwo geld leihen albanien wie war es denn drei wow ist jetzt nicht ganz so viel du willst nicht wieso willst du auf einmal nicht kenne ich von seinem bündnis ferrara möchte 1 alles nix gehen wir auch nicht so wirklich hier kannst du noch ein bisschen holen ich kann eigentlich erst wieder neue darlehen holen wenn das gekocht ist wirklich er kriegt ein bisschen zu lange gedauert ist das problem gewesen so lange hält das jetzt bis 58 das reicht leider nicht ich komme hier durch Jetzt haut der auch noch ab hier. Bleib doch stehen! Oh Mist. Finde ich gar nicht toll. Rakuza irgendwie raus. Gucken wir mal Schiffe erobern. Oh, vier Schiffe erobern, sehr geil. Stimmt, wir können ja noch warten. Da oben kommen wir ja noch warten jetzt, wir haben jetzt eine größere Reichweite. Wir haben es vergessen. Kann man noch ein bisschen Kleingeld rausziehen? Ich weiß gar nicht, ob da oben glaube ich nicht, oder? Nee, auch hier drüben können wir. Sollen wir gleich mal tun? Mal die Piraten raiden, was die sonst immer machen. Das wird weg. Achso, wir sind noch nicht da. Dann ist schwierig. Wird weg, okay. Schade. Schade. Ja. Mh. Können wir diese vier Schiffe vielleicht jemanden verkaufen? Dich zum Beispiel. Geht das im Krieg? Ah, geht nicht. Schade. Habe ich jetzt hier die Belagerung abgebrochen? Scheint so. Toll, jetzt geht es hier in Dings wieder nicht weiter. Na, ist ja ganz toll. Gut, dass wir da oben noch eine Festung hingestellt haben. Okay, das ändert es natürlich. Da hat es unmünstig. Warte mal, wir können doch hier aufspringen. So. So. Okay. Okay, da die jetzt alle dort drüben sind, wird der doch eigentlich mal hier rüber, ne? Du gehst hierher. Du musst bloß vor dem Fettig sein. Sehr schön. Oh, habe ich mir das vorgestellt. Wunderbar. 16. November erst. Ist aber lang. Wir können noch ein bisschen hier was rausholen. Das würde ich wieder ein bisschen später machen. Ein Rakuza den ich ganz. ganz knapp ich brauche händler diplomaten das wird das nichts hier oben natürlich wieder verschleiß ist sehr ungünstig und noch sind sie nicht durch ach guck schon gib auf jetzt sehr gut kriegt man noch ein bisschen was von dir kriegst du was und geld mal gar nicht so zu seiner belagerung